Also, was auffällt die ganze Zeit ist, dass wir uns tierisch in den Köppen kriegen, weil jeder möchte seine Meinung durchsetzen, jeder möchte sein Ding rüberbringen und wir haben über unglaublich viele Sachen gesprochen, wo auf einmal Leute eigentlich, ich höre, die sind sich eigentlich einig, ja, und trotzdem gehen sie aufeinander los und das ist das Normalste der Welt. Womit hat das was zu tun? Wertkonflikte, damit meine ich jetzt nicht die Grundwerte der Partei. Also das ist ja nicht ganz kritisch, was wir jetzt eben gerade gemacht haben, weil wir können uns nicht anheilig machen, die zehn Gebote der Geraden aufzustellen. Das geht nicht, ja, das kann Religion machen, wir können das nicht machen und deswegen ist es wichtig, dass wir das in Bewegung halten, dass wir sozusagen uns auf den Prozess committen mit unseren Werten ständig, darüber zu arbeiten, darüber nachzudenken und sie wahrzunehmen. Es gibt aber Werte, mit denen wir sowieso schon unterwegs sind und das, was ich euch jetzt vorstelle, geht tatsächlich dann um das Verständnis für anders fühlen, und das ist jetzt eben nicht um die Koalition oder um den Inhalt oder um die wissenschaftliche Herleitung, wo man sich mit Erkenntnistheorie beschäftigt, merkt, dass das echt vermientes Gelände ist, was wir da gerade hier betrieben haben, ja. Damit muss man sich professionell beschäftigen, bevor man sich da reinwagt, tatsächlich, ja. Das haben andere schon weit vorausgedacht. Aber dieses Andersführende, wie zum Beispiel jemand sagt, wir brauchen klare Strukturen. Wir brauchen bessere Strukturen, damit wir nach draußen besser rüberkommen. Ja, sagt der Einheit, du willst hier jetzt irgendwelche Macht-Hierarchie-Strukturen einführen, da bin ich basisdemokratisch dagegen. Der meint ja nicht wirklich, dass wir schlechter nach draußen rüberkommen wollen. Sondern es folgt einem Gefühl, und zwar einem ganz tiefen Gefühl, er möchte nicht, dass wir sozusagen diese Kontrolle, die ausgeübt wird, und von dem System gegen den Piraten anstehen, dass wir selber solche Kontrollsysteme bei uns einbauen. Und in der Tat, das ist eine Sache, die wird forever ein brennendes Thema sein, weil das immer, so wie du gesagt hast, auf die Wahrnehmung drauf ankommt. Ja, was kannst du eigentlich wirklich wahrnehmen? Welche Vorbildungen hast du dazu und so weiter und so fort. Das, was ich euch vorstelle, da geht es darum, was motiviert Leute und Werte motivieren Leute. Was ist überhaupt wert? Ha, ha, ha. Da hat kein Schwein drüber gesprochen. Was soll denn das sein im Wert? Kann mir das mal jemand definieren? Ich versuch's mal. Ja? Das ist eine bestimmte Weltanschauung und daraus abgeleitet, ja, verhalten in bestimmten Fällen, wie gesagt, zu einer Aktivität. Vor allem, also, an dem Beispiel, im Prinzip, denke, das ist für mich eigentlich eine Aktivität, ist aber kein Wert. Ich stimme dem sozusagen gefühlt zu, wenn man jetzt aber wirklich semantisch, also auf der Bedeutungsebene der Sprache, das wirklich analysiert, was du gerade gesagt hast, dann ist man mit dem Wort Weltanschauung konfrontiert. Ja, viel Spaß dabei. Eine Weltanschauung ist ein so hoch aggregierter Begriff, wo so viel davor schon da sein muss, damit man überhaupt sagen kann, was ist denn das überhaupt? Angefangen von der Biologie, was wir sehen, was wir wahrnehmen, nicht wahrnehmen, wozu wir erzogen sind und so weiter und so fort. Das Weltanschauung, das ist das typische Ding in der Politik, ja, das werden Begriffe verwendet, die hoch aggregiert sind. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, offene Weltanschauung, Pluralität, Multiperspektivität. Und das sind alles Begriffe, da fühlt jeder was dabei, gleich, fühlt jeder was dabei. Jeder hat sofort das, was man eine semantische Reaktion nennt. Die semantische Reaktion ist die Reaktion, die du hältst, wenn du eine Wahrnehmung hast, und du kriegst ein Gefühl dazu, was du da wahrgenommen hast, in Bezug auf Fragen. Und deswegen stellen sich irgendwelche Leute, die mit Freiheit gar nichts zu tun haben, und sagen, wichtig ist, dass wir in Freiheit und Wohlstand Arbeitsplätze für alle Bürger schaffen. Was hat er gesagt? Gar nichts. Doch, wir wollen arbeiten. Ja, aber das ist doch jetzt deine Interpretation. Das ist, verstehst du, alle diese Begriffe sind so hoch aggregiert, und wir sind alle so geprägt über, ja, ich bin seit 51 Jahren auf diesem Planeten, und weil alles, was ich erfahren habe, und alles, was du erfahren hast, bist noch ein bisschen länger da vielleicht als ich, und andere sind viel kürzer da, und so weiter, das prägt die semantische Reaktion. Und deswegen möchte ich den Wert mal auf etwas ganz Einfaches runterbrechen. Ein Wert ist etwas, wovon wir wollen, dass mehr davon da ist. Ja, absolut. Und zwar, ob das aus der Weltanschauung kommt, aus der Wissenschaft, aus der Logik, aus der Erfahrung, aus der Berechnung, whatever. Es kann nur einen Wert geben, wenn dahinter ein Manko steht. Von irgendwas ist zu wenig da, also ist es mehr wert, was dafür zu tun, dass mehr davon da ist. Und welche Ideologie, Gedanken, sonst was dahinter steht, ist egal. Also, das ist, ja, beschreibe ich. Allerdings, wäre ja dann zum Beispiel Geld auch ein Wert. Also, ja, also, ich würde jetzt Wert sehen, also wenn ich jetzt meine eigene Definition, das sind diejenigen Dinge, die mich als Individuum am ehesten definieren, bestimmen. Das, woraus ich alle an der Handlung oder anderes ableiten kann. Wo ich nicht mal das rück kann, wo ich sage, das kommt wieder deswegen, weil. Nein, sondern das ist etwas, wovon ich überzeugt bin, wo es sich nicht wieder von irgendwas anderem davon, wovon du mehr haben möchtest. Und zwar deswegen, weil es vorher ein Manko darin gab. Ich sehe es ein bisschen anders, und zwar persönliche Wichtigkeit. Wobei, der Punkt ist nämlich auch der, in dem Moment, wo du irgendwas hast, ist es dir nicht bewusst, dass du es hast. Und erst wenn du es verlierst, weißt du, was es wert war. Du willst es wieder haben, also es ist ein Manko darin, du willst mehr davon haben. Ja, genau, aber im Prinzip ist es eine persönliche Wichtigkeit. So ist es, und zwar jeder hat persönliche Werte, die es ist aber gleichzeitig so, wie du da kennst, sind doch sehr ähnlich. Zwei Arme, zwei Beine, zwei Arme, zwei Ohren, der Grau, was ist zwischen unserem Gehirn, ja, das hat, unseren Ohren hat eine bestimmte Struktur, und es ist nicht so, dass Subjektivität beliebig ist, ja. Das ist subjektiv für dich so, für sich so. Ja, Moment mal, wie kommst du da drauf? Und es gibt eine Untersuchung, das war jetzt erstmal so das vorgeblendete dazu. Was ist ein Wert? Um das mal ganz runterzubrechen, ist etwas, wovon wir wollen, dass mehr da ist. Gerechtigkeit ist ein Wert. Liebe ist ein Wert. Ja, das sind Werte. Und es gibt eine Untersuchung von MacLean und Adkinson, Harbert, so aus dem 70er, das finde ich ein hammergeiles, sehr einfaches und deswegen grob simplifizierendes Modell, nicht, dass wir uns falsch verstehen, es sind nur Modelle, über die wir reden an der Stelle, und dieses Modell würde ich gerne als Standardmodell, einfach, dass wir Bescheid wissen. Das hilft enorm. Ich stelle das jetzt kurz vor, und gehe mit in die Diskussion rein. Ist das okay für euch? Also, MacLean, Adkinson, Harbert haben, 4.500 Leute befragt, wofür bewegst du dich? Und das Erste, was sie gefunden haben, warum sich Menschen bewegen, ist, sie wollen Macht und Kontrolle über ihre Umwelt haben. Sie wollen steuern, was in ihrem Umfeld passiert. Sie wollen selber bestimmen, was sie essen, das ist eine Form von Kontrolle. Sie wollen selber denken, sie wollen selber wissen, wo sie hingehen dürfen, und so weiter, und so fort. Also, wer, den wir alle, alle teilen, der in Deutschland, in Deutschland, das Wort Macht hat, so eine, naja, so ein leicht anbrüchiges, ja, so ein Feeling. Warum? Da komme ich noch exakt drauf zu sprechen, woher das kommt. Weil eine usurpierende Macht in unserem Land vor vielen Jahrzehnten eine Scheiße hingelegt hat, wie sie übrigens ganz viele andere Länder auf der ganzen Welt und über die gesamte Gewinnscheiß-Geschichte passiert ist, was wir hier in der Macht wo es nicht darum ging, das Gute für das System zu erreichen, sondern irgendwelche andere Motivationen noch dahinter standen. An sich ist die Möglichkeit, Dinge zu kontrollieren, wer ist Mitglied, wer ist nicht Mitglied, Nazi-Rauschleiter, oder was du gesagt hast, du musst bestimmte Dinge kontrollieren, wir haben das Thema gehabt, den Foren mit Trollen, und so weiter, und so fort, dass wir eine sanfte Kontrolle einbauen, ob das einer mal auf die Bank kommt, oder sowas, für, was ich zwei Tage in so einem Foren, da darf er wieder, vielleicht merkt er ja, warum er da auf die Bank kommt, ist das nochmal eben besprochen, das heißt auch wir wollen Kontrolle ausgeben, wir müssen Führung und Kontrolle ausgeben, sonst findet er sich, weil nämlich, wir sind auf dem Affenfelsen, das darf man nicht vergessen, das was uns steuert, ist unser Stammel, etwas was groß ist, ist wichtig und gefährlich, etwas was klein ist, ist unwichtig und ungefährlich, etwas was mir irgendwie an die, ja, mich bedroht, will ich was gegen machen, das ist der Affenfelsen, wir haben da drüber, du hast gesagt, den Stand ist nur ein Werkzeug, ich stimme dem so aus vollem Herzen zu, weil wir fühlen auf dem Affenfelsen, wer ist tot, wer ist da und wer setzt sich durch, welche Meinung setzt sich durch, Leute, wir machen Politik, Politik ist der Kampf der Meinung, also wenn das nicht der ganz große Affenfelsen ist, dann weiß ich nicht, und es ist nicht schlimm, weil wir da alle sind, aber wir sollten wissen, wo wir sind, und wie wir damit umgehen, damit wir nicht die dummen Affen sind, also es macht einen Sack, aber wenn du jemanden motivieren willst, etwas zu tun, erzählt ihm, dass er mehr Kontrolle über sein Leben bekommt, das würde ihn sehr interessieren, wenn er einen Kontrollverlust erlebt, ah, ich weiß nicht, ich werde jetzt krank, ich habe kein Geld mehr, ich kann mein Leben nicht mehr kontrollieren, ich will ihm das sehr, sehr schlecht dabei gehen, das gilt natürlich jetzt, wenn ich es mal auf die Wirtschaft anwende, wenn du so einen Topmanager sagst, wissen Sie eigentlich, was hinter Ihren Brücken vorgeht, dann stellen Sie sich den Gedanken an, weil das ist Kontrollverlust pur, und ich bin in diesen Kreisen unterwegs, die haben die Hälfte ihrer Seite mit, die Kontrolle zu halten, die Position zu bauen, und es ist übrigens in der Politik nicht viel anders, wenn wir es mal machen, das ist die Hälfte, vermientes Gelände, das ist der eine Wert, den Sie gefunden haben, das ist Make People Take, da bewegen die sich da auf, den zweiten großen Wert, den Sie gefunden haben, ist Leistung, Leute, die gerne Dinge gut machen, effizient machen, elegant machen, schick machen, ästhetisch cool, die es einfach gerne gut hinkriegen, die da drauf stehen, für die das Trink ganz wichtig ist, und für die Leute ist es wichtig, dass ihnen jemand sagt, hey, das ist echt super cool, was du da gemacht hast, geil, kann ich das auch machen, oder so. Was wir nicht mögen, ist die Ignoranz, du kommst mit irgendeinem Superkonzept um die Ecke, für die ist es wohl so ein bisschen so gegangen, du hast ein ganz wichtiges Ding, und auf einmal die Gruppe fängt an, und jetzt wird auf einmal, fühlt sich das an wie, meine Leistung, all den Spirit, und all mein Power, und mein Denken, was ich da reingetan habe, das wird hier gar nicht richtig gewürdigt, die zerreißen wir das, das passiert uns in der Politik ständig. Wir müssen lernen, da zu gehen. Und es sind ein Haufen leistungsorientierte Leute hier, und machtorientierte Leute. Und dann muss man mit umgehen lernen, das ist einfach so, weil man das weiß, sagt man, okay, das passiert jetzt gerade, alles klar, das bedeutet überhaupt nicht, dass meine Leistung nicht wert ist. Bewusstsein ist der Schlüssel. Wenn du mit diesen Leuten sozusagen in einen Konflikt kommst, mit dem machtorientierten, mit dem Macht, der primärer Wert ist, der hauptsächlich Macht ausüben wird, der wird immer mit dir kämpfen, und er muss gewinnen, weil verliert, in seinem Weltwert, nicht wirklich, das ist ein Kliwot, der versteht, was ich meine. Bei leistungsorientierten, wirst du trotzdem, wenn mein Chef das so nicht akzeptiert, das Konzept, obwohl ich weiß, dass es das Richtige ist, dann kann er mich machen, dann verkaufe ich es halt jemand anderem. Vielleicht kriege ich ja jemand anderem, der versteht, wie gut ich bin. Das ist Annem. Und die dritte große Gruppe, weil die dritte große Werte, den wir gefunden haben, weil wir alle haben alle diese Werte, ist Beziehung. Beziehungen sind uns super wichtig. Wir wollen gut miteinander umgehen, es ist wichtig, dass es uns allen gut geht, und damit es uns allen gut geht, und damit Beziehung möglich ist, müssen wir dazuhören. Und diese Zugehörigkeit ist gleichzeitig... Ich frage es laut. Habt ihr den Daten reichen hochgestellt? Nein. Ja. Wir haben es heute Morgen um sieben beschrieben, als ich aufgewacht und verlaut erschreckt, weil mir etwas Neues eingefallen ist. Das hätte ich ja gehört. Also, natürlich wollen wir gute Beziehungen haben. So, jetzt kommt es einmal bei der Wirtschaft. Da hast du jemanden, der ist extrem machtorientiert, und das ist dem egal, dann macht man später durch, die schmeißt du raus, die sind bescheißegal und so weiter. Ja. Das kann ich nicht machen. Wir sind plural, und zwar, wir sind Werte plural. Jeder hat einen ganz anderen Ansatz. Und aus dieser Richtung wird natürlich argumentiert, und aus dieser Richtung wird natürlich argumentiert, und aus dieser Richtung wird argumentiert, jetzt verrate ich euch ein großes Geheimnis, das ist alles wichtig. Und nur, weil man selber eher einem Wert sozusagen stärker zugeordnet ist, in dem Kontext, jetzt ein Programm zu erstellen, oder sowas, ja, Effizienz, wenn man vorankommt. Man sagt einer, nee, aber wir müssen erst einmal darüber abstimmen, ob das wirklich von der Formulierung so richtig ist. Der kriegt jemand, der leistungsorientiert ist, der kriegt einen Föhn. Hallo, geht's noch? Wir sind doch schon fast fertig. Wieso müssen wir jetzt nur fünf Schritte zurückgehen? Jetzt regt man sich darüber auf und denkt, der andere Typ ist doch irgendwie ah. Nein, ist ja nicht. Der tickt noch anders. Und der darf so ticken. Und das ist eine Sache, die geht über Toleranz, weil der Begriff gefallen ist, weil ich hinaus. Toleranz bedeutet, ich hab recht und ich bin so tolerant, dass ich dich auch deine Meinung sagen muss. Dulde. Das ist Dulde. Right. Das ist Dulde. Und das ist ein Problem. Weil so nämlich Toleranz meistens, dass so jemand sozusagen kann ganz leicht, selbst die größten Schweine, können sich so ganz leicht das gleiche Toleranz anziehen. Ich bin sehr tolerant, Sie können gerne sagen, was Sie wollen. Verstehst du, das ist keine Toleranz. Sondern ein wirkliches Geltenlassen der Unterschiedlichkeit ist einer sozusagen ein menschlich bewusster Schritt in die Reife des Zulassens. Jeder darf so sein, wer ist. Und da müssen wir uns damit beschäftigen. Und das ist bei Piraten aus allem, was ich bisher gewährt habe, von Bundesvorstand bis zu allem, was ich bisher gesehen habe. Ein mühseliger Prozess und ich will diesen Prozess so mühselig haben, das dürfen wir uns niemals wegnehmen lassen. Niemals. Wenn wir uns das wegnehmen lassen, haben wir ein richtiges Problem. Weil das, normalerweise, gewinnen natürlich die Irgendwann. Klar. Und instrumentalisieren, das ist ein Problem. Und ich komme gleich noch dazu, wie die Zueinander stehen. Also der muss dir zugehören im Ausschluss ist das Wichtigste, der Schlimmste, der geht. Du gehörst nicht mehr dazu. Das ist aber gleichzeitig eine Waffe. Wenn du so denkst, wir sind ja hier humanistisch und du bist auf einmal so reaktionäre Aussagen, die einer aus irgendeinem Grund Laar reinlegt. Am besten noch vom Mikrofon von der Presse. Der gehört nicht mehr dazu. Das ist die Macht der Beziehungsorientierten. Aber das ist ein echtes Problem. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf. Unpiratig. Okay, also. Piratig ist ein Problem. Warum? Weil es ist so hoch anregierter, das ist eine Projektionsfläche wie das da. Und da ist nichts drauf. Da steht nur ein Wort. Und jeder von uns schmeißt seine fette Projektion drauf und fühlt sich dabei Piratig. Aber für jeden fühlt sich das anders an. Was ist das für ein Quatsch? Also wir müssen, wenn wir ernsthaft arbeiten, an unseren Begriffen wirklich ernsthaft arbeiten. Das ist einfach so. Und weil wir die Guten sind und weil wir vorangehen und weil wir die Zukunft sind, müssen wir auf hoher Qualität an solche Sachen reinlegen. Und der Zulassung für all Werte ein. So. Wenn ihr jetzt mit jemand der Beziehungsorientiert hauptsächlich ist und du hast mit dem die man sich nur wieder auf den Fuß getreten hat oder so. Kommt ja vor. Ist mir häufig, ist mir so oft passiert. Ihr wisst, wenn du mich eincheckst, wo so meine Schwerpunkte sind, ich bin irgendwo so hier und das hier ist, wo fähig ich gerne bin. Aber früher habe ich das nicht gewusst. Und früher bin ich Leuten auf den Füßen rumgetreten und dann waren die plötzlich weg. Verstehst du, der Herr Racker hat einen Gesprächspartner mehr. Der dachte, ich bin ein Arschloff und dann bin ich mir nicht mehr geredet und bin so klar aufgetaucht. Und ich habe noch ein Feedback darüber bekommen, was habe ich eigentlich falsch gemacht. Wie stehen die zueinander ist nämlich ein echtes Problem. Aber wir gehen erst noch eine Ebene tiefer. Davon bin ich heute Morgen um halb sieben aufgewacht, nassgeschwitzt. Diese gegenseitige Nichtwürdigung schafft nämlich unglaubliche Probleme. Was denkt der über den? Und was meint er? Ich würde jetzt ja wirklich arbeiten. So ist es. Wenn er nicht richtig funktioniert, was macht er mit dem? Auswerfen. Nächster. Was denkt der über den? Wieso verdient der fünfmal so viel wie ich? Der versteht ja überhaupt gar nicht, wovon er spricht. Der hat doch gar keine Ahnung, was da wirklich passiert. Das heißt, eine harte Nichtwürdigung. Das heißt, der erhält in der Regel überhaupt nicht, was die Leistung gegeben ist. Und der, der, sozusagen, achtet ihn gering, weil er überhaupt nicht, was Mensch ist, sondern nur als Leistungsträger für seine Interessen möglicherweise. Aber es wird doch viel schlimmer. Was denkt der über den? Ja, faul ist auch was du gesagt hast. Nein. Nein. Warndusche. Ja, keine Ahnung. Die braucht man halt. Von denen gibt es halt wahnsinnig viele. Verstehst du? Die allermeisten Menschen in diesem Lande gehören hier dazu. Die hätten es gern. Schön, cozy, sicher, warm, möchten ihre Beziehung gesichert haben, in ihrem Verein sein und so weiter. Und das ist total okay. Und wenn ihr jetzt so Sachen beobachtet, von Guttenberg oder so was, und du merkst, was der für eine Haltung hat gegenüber dem normalen Volk, kriegst kaltkotzen. Weil der nämlich in dieser, das ist, was du die da unten gehst, hilft für mich, glaube ich. Sag was? Ja, ich wollte nur, ich glaube, man kann ja die Leute so ein bisschen dazuordnen, aber nicht so richtig klar. Ich weiß nicht, wie das alles ist. Wir haben alle alles. Wir haben alle alles. Und ja, von situationsabhängig ist das sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel mit den Lehrern in der Schule mit meiner Tochter spreche, bin ich ein totaler Kontrollfreak. Ich will wissen, was da abgeht. Und ich will wissen, wenn die mir sagen, es gab ein Problem in der Schule, will ich ganz genau wissen, was das war. Damit ich irgendwie eine Wirkung erzeugen kann, die in die richtige Richtung geht. Wenn ich mit Angelika vor einem Kindersessen liege oder bei mir auf der Kausch liege und dann ist mir Kontrolle so etwas von scheißegal, die geben sie dann gerne ab. Selbst die Kernbedienung. Auch das. Selbst die Kernbedienung. Ja, was möchtest du sehen, mein Schatz? Das ist das Normalste der Welt, oder? Ja. Deswegen ist es wichtig, dass das nochmal gesagt wird. Wir haben alle diese Werte. Es ist extrem kontextabhängig, aber wir reden über den Kontext von Politik. Das ist das, was wir hier machen. Wir sitzen nicht auf der Couch und wir kämpfen ja auch nicht gegen das Establishment der Lehrer irgendwie in der Schule, was echt krass ist, wenn wir das machen. Sondern wir machen ja Politik, wir wollen nach vorne, wir wollen draußen verstanden werden. Und wenn da draußen gemerkt wird, ich habe noch sehr viele Führer, aber wenn da draußen gemerkt wird, dass wir unsere eigenen Dinge nicht unter Kontrolle haben, wenn da draußen gemerkt wird, wir leisten nicht so, wie wir besprochen haben, und wenn da draußen gemerkt wird, wir schließen Leute aus oder gehen mit uns selbst gegenseitig nicht gut um, haben wir ein Problem. Das heißt, wir brauchen Bewusstsein über dieses Zeug. Und jetzt kommt das Ding, was mich erschreckt hat, in der Nacht, nämlich die Motivation hinter der Motivation. Das steht jetzt nicht mehr bei Kleinert und Ecken sind drin, davon bin ich heute Nacht aufgebracht. Und das ist sozusagen eine Ebene dahinter, ich komme oft sogar auf noch eine Ebene dahinter, aber das ist krass. Nämlich, man kann das jetzt miteinander sozusagen alle Permutationen mal durchdenken, nicht wahr? Wenn jemand machtorientiert ist und er hat als subdominanten Wert, subdominante, ich nenne das so ein subdominante, subdominante, er hat so, als subdominanten Wert auch Macht, was ist er dann für eine? Realpolitiker. Ich würde das Wort Realpolitiker an der Stelle nicht verbrennen wollen. Okay, okay. Weißt du? Ich glaube, wir müssen realpolitisch sehr stark... wenn er machtorientiert ist und Leistung ist seine subdominante, wofür setzt er dann seine Macht ein? Und hause Beutung. Damit mehr Leistung erbracht wird. Ob es Ausbeutung ist, da kommen wir einen Schritt später noch mal dazu, aber dahinter gibt es noch mal eine Motivationslage. Wenn er machtorientiert ist und seine subdominante ist, gute Beziehungen herstellen, wofür setzt er dann seine Macht ein? kundeskünstler werden. Wie heißt die... Ich meine die Beziehung nicht ein Netzwerk von Vadis, sondern ich meine die Beziehung wahrhaftige, gute Beziehung, liebevolle Beziehung mit Menschen. Wenn das seine subdominante ist, aber er ist gut in Führung, hat die ja. Zum Beispiel. Das ist jemand, der führt zum Guten das Ganze. Der braucht ja noch ein Kontrollkriegeln und so, da bin ich einverstanden, aber der hat die richtige Einstellung. Der führt zum Grunde der Gemeinschaft. Jemand, der vernetzt. Ja, vernetzen kannst du ja aus unterschiedlichem Grunde. Du kannst auch vernetzen, weil du Machtmacht bist und deswegen hat Hitler mit Mussolini gepachtet. Die Vernetzung alleine ist noch kein Kriterium, sondern die Motivation deines Herzens, da kommen wir aber gleich noch dazu, weil es ist nämlich auch ein Kantor, das Transzendente. Ohne das Transzendente und das Gehaltene, in dem wir sind, ist das alles der Leistungsträger, der nach Macht als Subdominante schielt. Wofür leistet der? Warum leistet der? Und was man bei uns bekommt? So ist es. Und zwar positional, Tarrierist. Ein Leistungsträger, der auf dem Zweigen, wo es nur darum geht, noch mehr und noch besser und noch perfekter, der kriegt einen Herzenfragen mit 42. Gefährliche Werte an der Stelle. Sollte man zum Therapeuten. Wer leistungsorientiert ist, um die Beziehung zu verbessern, wofür leistet der? Was macht der? Wie realisiert er das? Dem geht es hauptsächlich in die Anerkennung, also über seine Leistung auch Beziehung herzustellen. Und wenn das nicht klappt, gibt es dann so typische Sätze im Leben, aber ich habe doch alles für dich getan. Als ob man mit der Leistung Liebe kaufen könnte oder Verbindung kaufen könnte. It's not possible, genau. Aber es wird immer wieder versucht. Und wenn er leistet, weil da haben wir die drei, die Beziehung, jetzt wird es sehr, sehr spannend. Jetzt kommt etwas, das nennt Ken Wilber. Man lest alles von Ken Wilber oder zumindest mal einen von Ken Wilber. Eros, Logos, Osnos und sowas zum Beispiel. Sehr, sehr gute Bücher. Das nennt er, und da ist die Gefahr für uns, dass einer der größten Stolperfallen für die Parade überhaupt ist, dieselbe Stolperfallen für die Grün fast gestorben sind in die Iran-Kranzphase. Das nennt sich Mean Green. Ich muss kurz was sagen. Es gibt ein Wettemodell von Claire Graves und da gibt es sozusagen nach dem Materialismus kommt der Personalismus. Materialismus hat bei dem Farbe Orange. Interessant und passend für uns. Der Personalismus hat die Farbe Grün und darüber hinaus gibt es den systemischen Ansatz. Dafür stehe ich mit jeder Zelle meines Seins. Und der personalistische Ansatz hat eben ganz hohen Wert und es muss es gut gehen. Der deutsche Humanismus ist Ausdruck davon. Alle müssen die gleiche Rechte und so weiter haben. Alle müssen sich gut fühlen. Das Wichtigste ist doch, wir sind doch alle Menschen. Nicht wahr? Das ist doch das Wichtigste. Dass wir alle Menschen sind. So ist es. Das bringt einen nicht viel weiter. Das stimmt natürlich. Und es sollte uns auch gut gehen. Aber jetzt passiert Folgendes. Wer diesen Wert nicht zustimmt. Oder erkennbar aus der Masse, der alle Menschen sind gleich. Die größte Übung des Personalismus ist, glaube ich, alle Menschen sind brutal unterschiedlich. Und ich stehe so auf die Unterschiedlichkeit. Ich liebe das ohne Hände. Alle Menschen sind gleich. Sagt ein Personalist. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt bringst du eine tolle Leistung. Die jetzt macht dich mal ein wenig so dick. Oder jemand ist persönlich sehr gebildet oder weitentwickelt und wird auch im Rat gefragt. Du wirst zum Beispiel viel im Rat gefragt. Jetzt nur, weil du erinnern bist, brauchst du nicht glauben, dass wir irgendwelche Anbrecher haben. Das heißt, da wird etwas gedisst, was tatsächlich eine wertvolle Leistung für die Gemeinschaft ist, damit es nicht ausragt. Das nennt sich Mean Green. Und das ist ein Riesenproblem in der Basisdemokratie. Darüber müssen wir Bescheid wissen und können wir damit umgehen. Also in der Beziehung, das ist genau die Nummer, Beziehung, die subdominante es macht. Dann muss ich gerade den letzten, ersten Kampus werden. Bitte? Das ist ein Fährdung. In der Durchsatz, das ist ein Fährdung. In der letzten, ersten Kampus. Ich war nicht dabei. Nein, nein, das war. Aber ich war ein Beispiel, da so ein, die Särbung in der Welt. Also wenn es in die Navi geht, dann ist das so eine Art Verkopfster Hausmeister, der versucht, die Wandel irgendwie in seinem Behältesystem zu halten. Und das ist ideologisch. Und das ist verschlossen. Und das ist meine Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das geht nur um die Beziehung. Nein, geht es nicht. Das geht auch darum. Das geht um alles. Und wirklich alles. Wenn der Beziehung macht, Leistung haben wir gehabt. Und wenn der Beziehung, Beziehung macht, wenn er will, er will, er will, er will, er will, er will, richtig losstürmen auf irgendeinem Ziel los oder sowas. Das ist das, was mich heute Nacht erschreckt hat. Das steht ja in dem Modell nicht drin. Macht aber, glaube ich, sehr viel klar, was auch bei uns funktioniert und was die Gemengelage sind. Und wenn jeder sich selbst in der Lage wäre, einigermaßen einzuordnen, wo ist er denn? Und wir treffen die Entscheidung, dass die Nichtwürdigung keine Option ist. Das heißt, wir steigen auf zu einer Reife, wo der andere nicht nur toleriert wird, sondern es wird ihm zugestimmt, als so, wie er ist. Und deswegen kriegt er auch genau den Platz, den er braucht. Gleichzeitig wissen wir, wir können uns nicht nur versämmeln, wir müssen auch eine Richtung machen. Ja, was haben wir? Drei Wahl in einem Jahr vor der Nase? Hallo? Wenn das nicht was mit Leistung zu tun hat, dann weiß ich auch nicht. Und dann bedeutet das auch für die, für die Beziehung ganz wichtig ist, dass sie diese Leute ranlassen. Und auch die ranlassen. Und die müssen kontrolliert werden und die müssen kontrolliert werden und wir müssen uns alle gegenseitig auf die Finger gucken. Das ist aber liebevoll. Ja, manipuliere deine Freunde aber aus Liebe. So, die Motivation hinter der Motivation, dieses Ding, stell das gerne online. Und dann gibt es noch eine Motivation. Die Motivation hinter der Motivation, hinter der Motivation, und hier etwas damit zu tun, wäre wichtig. Wo bist du in deiner persönlichen Entwicklung? Was hast du schon gelernt? Wo bist du schon emotional bewusst? Wo ist dir selber noch gar nicht klar, wie deine Befügslage dort zustande kommt? Kennt ihr das Bezug? Wo es unklar ist zum Beispiel, ist, wenn man sich trefft von Frauen. Kennt ihr das? Man weiß hinterher so gar nicht so richtig ganz genau, wieso hat mir das jetzt eigentlich nicht geklappt? Kennt ihr das? Als ich jünger war, war mir das völlig gut klar. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Wieso ist das jetzt zu ändern? Haben wir das überhaupt nicht verstanden? Das nennt man die emotionale Unbewusstheit. Und dann regst du dich tierisch über irgendwas auf, irgendwas hat dich angetickt, und ein Wort, was ein anderer gelacht hat, und du bist tierisch aufgeregt, dann fragst du dich eine, wo beregst du dich jetzt eigentlich genau auf? Ich weiß auch nicht. So, das ist die emotionale Unbewusstheit. Deswegen, der Wistu hat was mit emotionaler Bewusstheit zu tun, wie gut kennst du dich selbst. Es geht nicht darum, dir irgendwie das Ego zu verlieren. Ohne Ego kannst du dich nicht nachissen gehen. Es geht darum, herauszufinden, wie tickst du selbst. Und das ist ein Bewusstseinsprozess für uns alle. Und mein Satz dazu ist, die Revolution findet statt. Oh yeah. Und zwar in jedem von uns zuerst. Und sozusagen der nächste Schritt daraus ist, wach zu dir selber auf und krieg raus, wer du willst. Und dann bist du jeden Fliegeroll, den anderen auch aufzubauen. Und auch die ganze Nacht und vielleicht der ganzen Welt zu etwas, was wir unbedingt brauchen. Und ich möchte euch eine ganz einfache Frage mitgeben, und dann ist der Vortrag auch total zu Ende. Eine ganz einfache Frage mitgeben, die emotional sozusagen Bewusstsein schafft. Und zwar immer, wenn ihr was tun wollt, einen bösen Mail schreiten, jemanden dissen, jemanden kämpfen, irgendwas fördern, whatever, gibt es eine, wir kommen gleich, eine ganz einfache Frage, nämlich, handelst du aus Liebe, also aus förderlichem System? Und für das Ganze ist das eine Ebene, ein Geben der Gestus, die du gerade machst, um etwas zu geben, was verbindet, weiterbringt, Bewusstseinschaft, whatever? Oder handelst du aus Angst? Und diese Frage, sich in jedem Kontext zu stellen, wo man kurz davor steht, jetzt presch ich los. Sich das noch kurz klar zu machen. Und es gibt hier keinen guten Wert. Weil, zum Beispiel, Transparenz, habe ich gestern schon gesagt, ist ein Begriff, der ist aus Schmerz geboren. Nicht aus Schmerz geboren. Und natürlich gibt es Ängste, die wir haben, sehr wohl, als Partei oder als Movement, da sehe ich unser Movement, hier sind unsere Grundwerte für uns. Die aller Menschen. Und damit sind wir sogar mehrheitsfähig, wenn wir es unheimlich machen. Wofür handeln wir in diesem Multigenerationenprojekt auf diesem Globus? Du hast es noch gesagt, es muss rein mit der Menschheit. Und das finde ich so super auf den Punkt. Weil nur dann denkst du über den Tag hinaus. Nur dann denkst du Generationen voraus. Nur dann denkst du wirklich nachhaltig. Und da ist die Frage, wo müssen wir tatsächlich Angst davor haben und auch aus Angst handeln, um was zu verhindern, was gefährlich ist. Und wo können wir, wo wir immer nur können, aus Liebe handeln, was Gebendes tun und dafür sorgen, dass es besser wird für das gesamte System. Sich diese Frage zu stellen, könnt ihr mal ausprobieren, vor jeder Entscheidung. Macht euch sehr, sehr klar, was auf eurem eigenen Füßland dazu ist. Und die Option handelt es doch aus Egoismus? Was soll denn das sein? Handelt es doch aus Egoismus ist, immer handeln was Angst. Immer. Die Frage ist die Einzige, was noch da hinfällt. Wut ist eine Folge von Angst. Immer. Ich behaupte immer. Ja, kann ich gerne sagen. Ich kann die Fotos zurück machen. Wieder vor. Wieder vor, okay. Wieder vor. Danke. Okay, wir sind mit der Zeit her, ist rum. Ich würde es gerne für die nächsten Jahre, diese Diskussion ansprechen. Ich bleibe bei den Beraten für lange Zeit und ich stehe für Verständnis und für eine persönliche Weiterentwicklung für uns alle, damit wir wirklich die sein können, die vorausgehen. Das bedeutet, arbeiten geht jeder für sich. Und nächstes Zulassen, nächstes Zustimmen von all diesen unterschiedlichen verrückten Typen, die ich hierher gelernt habe. Das finde ich einfach, das ist nicht geil. Das ist die Vielfalt. Wir müssen eine neue Beauftragung verschaffen, vom Landesverband. Lass ihn doch einfach. Lass ihn doch einfach. Genau. Und der Motto ist Marx. Genau. Ich bin wirklich viel. Marx. Ich muss es. Ich wollte es gerne nicht machen. Wie kann ich wieder zutiefen? Wo wissen sie auch? Danke, bitte.